Hallo Leute, wir haben noch eine Folge von... Äh, wie heißt es? Äh, wir von, äh, Dings hier von, äh, CSGO. Heute spielen wir ein wenig Deathmatch, aber auch noch... Äh, und nicht mit Sterne. Ach, schade. Haben wir wenigstens einen bekommen, das ist nice. Äh, äh, Webcam ist auch noch die Sterne, ne? Äh, dann sollte ich mal hier noch eine... Näh, ich kann hatte Pistole. Okay, und jetzt sind mir gute dran. Sag dich und du bekommst einen Kopf. Na, super. Und warum ist meine Woche weg? Äh, hier. Äh, wo ist denn ich, denn ich bin konstant bei Gegner, ey. Ist ja übelst scheiße damit. Aber, nice. So. Da war einer, glaube ich. Aber, ich geh jetzt, wieso an mein Eck. Und wir chillen. Ja, okay. Ja, okay. Das habe ich ja verkommen. Ne, ne. Oh, scheiße. Ich bin da. Äh, hier, äh, ich soll... Jetzt gehe ich auf mein... Jetzt gehe ich auf mein... Auch hier. Okay, nice. Ich hab schon etwas länger mal wieder nicht der Fett gespielt. Ach komm. So. Erstens kommt der von vorne an den Tisch und da kommt noch die, äh, von der Seite. Ja, natürlich ist seine Kaufzeit abgelaufen. Ach, legt mich hoch. Ah. Ja, wie viel willst du noch eins halten? Geht doch, meine Güte. Hinter uns. Ich hab wenigstens einen bekommen. Und da kommt noch einer von der Seite. Ah, super. Äh, dann, äh, hier. Pistola ist ausgerüstet. Okay, Gewehr, hier. Äh. Ähm. Ich will nicht davon, was das für ein Anfall war. Oh, komm. Was zum... Mäusen. Ich hab mir keine bekommen. Hä? Was ist das für ein Anfall war? Was ist hier los? Ich prob' nicht meine Ruhe hier. Ich würde nicht in der Fragen. Okay, er ist dann... Was war mir? Okay, er ist down. Ich hab einfach grad einen umgebrochen und... Ich hab einen... Ich hab einen anderen umgebrochen einfach. Okay, das soll ich mal nicht in meiner Absicht. Ja, moin. Jungs, ich kann nix machen. Ich small und bekomme nichts aus dem Maul. Aber auch hier, ne? So. Jetzt will ich meine Ruhe. Danke. Okay, haben ihn. Okay, haben ihn. Wie viele Wellen denn noch? Komm hier, bitte. Was war das für der Reflex? Der ist direkt so einfach. Was willst du denn machen, wenn der so ein... Okay. Ich hab das vergessen, dass irgendwas wie hier... Schild anderen von gibt, ey. Hey, ich hab ihn der Sniper getroffen. Du hast ein Wunder. Oh Gott, noch eins. Auf einmal taucht natürlich einer da auf. Moinsen. Ah, ich hab keinen Differ mehr. Aber egal. Ach man, ich wollte den. Ähm, wo geht ich, Bruder? Okay, ich seh keinen. Aber rechts, glaub ich. Okay, ich hab einen gesehen da. Nein. Komm, zeig dich. Fuck. Okay, hab ihn. Geradeaus. Bruder. Ich war konstant beschäftigt mit Gegner. Was will ich machen? Äh, hier. Ach komm, schade. Da hast du wieder dieser Darkdown. Wieso bekomme ich nur die Desert zurück? Was ist denn das? Das finde ich richtig scheiße. Das ist natürlich nicht schlecht, aber trotzdem. Das ist scheiße. Wieso wird meine Waffe weggenommen? Das finde ich richtig scheiße. Definitiv finde ich das scheiß Waffe wechseln. Ich spiele mal meine Desert. Okay, nice. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Ach man, wie wollte ich gerade? Ach, so scheiße wie ich gerade immer, habe ich es nur verdient, diesen Schuss zu bekommen. Äh, hier, dann nehme ich mal die Op. Und natürlich hat er wieder nie die Dings weggemacht. Moinsen! Moinsen! Das war ja auch immerhin sehr easy. Okay, schau davon mal die... Ah scheiße, ich habe ihn gehört, mir ist das schon zu spät zu dem Zeitpunkt. Ja, komm, wenn die drei Leute auf einmal kommen, ne, was sie jetzt machen. Was ist das für eine Scheiße? Ja, ach komm. Okay. Okay. nice das war neister schuss okay das war interessant ich hab den tag danke wenn ich schon vorne und danach von rechner reine bekommen das jetzt machen ja natürlich hallo kann es mal hinten ich bin so verneist dass er nicht schießt schießt doch meine güter schießt einfach nicht schießt doch ich drücke auf die taste will aber nicht ich kann nichts machen wenn die tasten nicht reagiert kürze fix jetzt schon komm was willst du machen wenn du von zwei seiten attackiert ja wie viel älter dann aus mein teammate baut ihn schon voll ich brauche ihm noch eine natürlich überlebt er das okay oder was hat er los platz fünf okay es geht's scheiße noch eine runde nach bitte schneller danke spiel startet zehn sekunden noch gestrickt dann ganz schnell nach wasser so was lädt drei jahre später ich würde sagen sind ja rüsten ich meine ja das letzte hallo kauf ist ja von diesen hallo ins eine anime da einfach mit dem avatar das heißt wenn man denkt dass in der reaktion die am sonntag gekommen ist genau dieses geld nicht weil der mehr leben hat und wie wir so liebte aufgeregt er ist dafür übelst gelingt er ist das geleckt zweitens erschießen aber jetzt nicht wieder mal ja ich ja komm gerade wenig bei euch wahrscheinlich auch dann ja komm wenn direkt zwei gegner da sind was ist es in zwei mich doch vorhanden da so nicht bei den verdammten gegnern das ist ja übelst ungefähr ich kann gerade fand ich wenn ernsthaft das ist natürlich hat er verdient richtig richtig gehamt ich habe ihn gerade gehamtet ich habe es gesehen Links Ja, ist clear Ich warte mir, dass da oben rechts einer spawnt Hallo, kann ich nicht aimen mit der Sorte? Also ich kann gar nicht aimen mit der Ja, wenn er nicht richtig aimen will Hallo Springen, Alter, ich hasse es einfach Das ist einer der dümmsten Sachen, erweifelt Was geht denn nun wirst du übelst leid? Ja, was soll ich dagegen machen? Wenn einer direkt gegen mich ist, da kann ich nix gegen machen Und dass er nicht aimen will, ist auch scheiße Er braucht ja Zeit, weil es ist ein bisschen so anvisiert, also richtig Und ich sehe noch immer alles verschworen Und ein matcher braucht er verlängern sein sollte Ja, jetzt bekommst du noch von rechts Von woüber? Ach komm Wenn ich von 10.000 Leute attackieren Ja, ey Ey, geht's Voll in den Rücken aber auch Da kommt noch einer Ja, gut geht doch ach komm wenn er so lange zu mir eben ich bin so verleißen dass er habe ich gerade geht und er überlebt dafür die schon alles klar mich ziemlich verarschen ich konnte das nicht schicken ich bin davon nochmals etwas mehr lange ja auch scheiße von angereinnt ein grund die historie das ist schon scheiße mit der peter es ist scheiße gespawnt oder irgendwelche andere probleme wenn sie das keine teammates tod ist jetzt das betrifft mich geht es dahin weg natürlich ja was ich mache mein zweiter links sind vor mir schießt doch meine müde und mit drei jahren wo habe ich gerade eine bekommen Yikes! 4hp Eine, ok ja eine andere runtergenommen ich hätte ja auch die Zeit sollten bekommen aber ich hatte jetzt mit dem 2 irgendwie man gemerkt hat ich bin one hit ach komm ich habe wenigstens länger ausgehalten habe ich gedacht jetzt definitiv oder nicht der war nicht gerade gut was eben angeht als ob das nicht geht natürlich natürlich das war ich ja komm wenn er den verdammten haugt hat er das jetzt machen Waaah! Wundern Oh nein! Boah, Alter, shit, grad gar nix! Und der natürlich schon direkt... Oh, Clips, der fix. Okay, er ist jetzt sterben. Ja, natürlich. Pifi, die Schan macht in diesem Scheiße gar nicht. Okay, das war interessant. Wie konnte ich das nicht schicken? Hallo, ich shit konstant eigentlich, oder nicht? Geht doch, meine Güte. Keiner. Oh, keiner. Oh, ich bin tot. Oder nicht? Jetzt bin ich tot, definitiv. Ich habe einen mitgewessen. Danke, dass du da noch lebst und da von hinten. Jo. Als ob... Ich habe ihn voll im Blas gegeben. Ach, komm, ne. Das darf ja nicht fahr sein. Ach, morgens, oh meiner. Und... Na, da war ein Gegner. Da war ein Gegner, wo ich glaube, meine Mauszeit habe. Okay, ich bin Platz 2 geworden. Ich bin zufrieden. Also ja, wir gehen jetzt hier raus. Also, da könntest du schon. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschööööö.